Hallo und Willkommen Was willst du? Willkommen zurück zu Rebel Galaxy Ich weiß gar nicht wo wir letztes Mal waren Wollten wir einen saufen gehen wollen Kann das sein? Dann gehen wir mal schnell einen saufen Ja letzte Also vor zwei Tagen habt ihr glaube ich auf eine Rebel Galaxy Folge gewartet Musste ich kurzfristig in ein anderes Let's Play mal einplanen weil ich war jetzt zwei Tage nicht da und ich hatte keine Dings mehr Keine Folgen Aber vielleicht hat euch halt auch das gefallen was dort zu sehen war Ich weiß es nicht So erstmal gehen wir einen saufen Du weißt es ist unglaublich was du mit einer kleinen Pressure verwendet hast Dein Rat ist so schnell Wir waren ehrlich gesagt ein bisschen zufrieden Wir haben was wir brauchen Ha! Du weißt also wo Juno gefangen gehalten wird Wir machen es. Es ist eine größere Facilite und ein Asteroidbelte viel Debris aus dem Scanners Ihr Rat sagt sie ist still alive und in einem Stück Ich bin ein bisschen froh sie haben noch etwas ausgelöst Ich muss einfach mal fragen Was genau hat Juno denn das ihr so unbedingt haben wollt Wenn ich dir gesagt habe ich habe dich zu töten Scheiße! Aber wirklich was wir nicht in der falschen Hand haben Nö! Ich glaube die vereinbart uns nicht Und Juno wird das rausrücken soweit wir sie wieder befreit haben Irgendwie gefällt mir das nicht wie sich das anhört Naja, in Ordnung Denk ich mal Naja, in Ordnung Denk ich mal und stecken mit der unbeschädten Hauptstruktur Und was macht ihr? Wir werden diese Transporte defendern und alles was anderes sie uns senden Once wir Juno haben wir alle hightailern und jeder lebt glücklich nachher Das war Skype Klingt nicht ungefährlich aber ich bin dabei Ich wusste wie du wärst Ich sende dir die Location Let's do it Let's do it Aber not now Ich würde sagen wir müssten erstmal vielleicht unsere Bewaffnung aufbessern Sagen die in die Breitseitenkanonen können wir uns Nein können wir nicht Ja das ist ganz gesagt wir steigern wir uns mal auf MK2 Aber ich glaube dafür müssen wir noch eine Mission fliegen Ähm Da müssen wir raus Missionsbörse Was habt ihr denn jetzt nicht wenn wir diese Leute so wir nehmen die Mission mal das schaffen wir schon hoffe ich so los geht's wir wollen jetzt erstmal Durchschnitt Risiko Durchschnitt Risiko Risiko Durchschnitt Durchschnitt Risiko Los geht's So ein bisschen die Bewaffnung mal tümpfen weil das Schiff sieht ja so schon ist ja schon mal so ne schöner Klopper und so aber der schaden muss steigen der schaden muss steigen der schaden muss steigen wir brauchen das geld wollte ich gerade sagen ich bin jung und ich brauche das geld ich freue mich wo das noch hinführen soll wir haben immer noch nicht das erste system verlassen ja ja bauty 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 es wird noch heißer 36 grad und das wird noch heißer 2.900 ist es ein anfang treffen leute treffen bleibt bleibt mich jetzt die raketen könnten da noch mehr killen aber sagen wir alles was kein bau und die gibt es ist die sache nicht ist den ärger nicht wert sozusagen damit sind wir wieder auf dem weg ein weiteres kopf kopf geld einzustreichen ein bisschen höher als das was wir gerade hatten aber näher ne für juno drüber fällt aus dem weg hier kommt und weiter worten weiter worten bitte wollt ihr mich verarschen das ding war ja nun wirklich weit genug weg nur aber ach ja so viel dreck im all komisch kommt mir bekannt vor die erde muss in der nähe sein da gab es ja jetzt auch schon diskussionen darüber wie verschmutzt unsere umliegende atmosphäre so ist ja sag mir bescheid wenn du es weißt in der mit rutsch in ja 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 die bl�pp in die bl entrar um die bl ins ab ich kriege sein schiff ist zwar größer aber meins ist härter da war ich 12.000 ich glaube es geht nicht wo kommst du denn her hat er mir gerade meine fracht geklaut du kleiner pisser dir geht es wohl gesundheit oder was unfassbar und dann wundern sie sich warum sie dauernd angegriffen werden weil ich werde angegriffen dann ist ja irgendwie ein schiff ein fetter kreuzer den du eigenhändig platt gewalzt hast lässt was fallen weil er kommt da irgend so ein spaß minenarbeiter an und denken sie so ich nehme mal mit was für ein kleines arschloch entschuldigung unfassbar durch so ein herzens guter mensch wäre dann hätte ich weg gepustet das kann es ja keinem erzählen aber gucken hat haben wir denn da vorne so schöne komischer schlitzer geht mir doch eigentlich auf den sack hat das schon mal gesagt alles was kein baum gibt es nicht wert beschossen zu werden ist das eine feindliche station oder wird die nur belagert was ist hier los ich bin hier reingeraten ich bin war so ein invasion die werden wir jetzt mal beenden hier brauche ich mal gucken ob wir auf den knacken können naja gut vielleicht nicht alle auf einmal schon mal ganz toll wie gesagt nicht alle auf einmal da war wenigstens sehr schon mal recht das sehe ich genauso bleibst du da du sau schon wieder so ein kleingemüse hier wo ist der da ist er jetzt kann ich mich um dich kümmern rumschwätzer noch einer arschloch mutter und schrauben direkt mit jetzt kommt die miliz angeschissen weißt du das ist ein frachter nächsten frachter ne so kann man es natürlich auch machen meine waffen reichen nicht es egal wir haben geschwindigkeit warf muss an bord sein auf dem auslöser gekommen aus versehen ja ich habe eine aufnahme stört mich jetzt nicht schrauben 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 auch aus dem vorken nicht Dich kriegen wir. Hoffentlich gibt es ja ordentlich Kopfgeld. Oh, ernsthaft? Okay, als wenn man jemand gesagt hätte, dass es der 24.000 gibt. Hätte ich gesagt, den graue ich mich nicht an. Aber wir haben es geschafft. 24.000, meine Fresse. Noch ein paar von denen und wir können uns ein neues Schiff kaufen. Ich glaube, das neue Waffe dürfte kein Problem sein. Da sind ja immer noch welche von diesen Typen. Ich glaube, den putzen wir jetzt noch weg. So. Ist hier bald mal Frieden oder was? Noch eine Piratenfregatte. Mal gucken, was sie für die bringt. Ich habe gerade drüber hinweggeschossen. Ich habe gerade drüber hinweggeschossen. Mal gucken, ob er noch da ist. Verlassen. Das wäre witzig, wenn du mit einem Fight andocken kannst. Also schnell einmal reparieren. Und dann geht es sogar. Das ist ja witzig. Ja, halten die Schilde schon. Wie? Jetzt glaubt mir meiner mein Kopfgeld. Dann werde ich böse. Mein Kopfgeld. Saft, Säcke. Das war mein Kopfgeld. Kleiner. Mein Kopfgeld. Jetzt glaube ich, dass es dafür ordentlich Kopfgeld gegeben hätte. Vielleicht gab es doch etwas, man weiß es nicht. Den Weichkeks, den haue ich doch noch so um. Oh, ich merke schon, wir sind wieder über der Zeit. Aber der ist noch dran. Nicht so, es ist eben da. Mal gucken. Die geben tatsächlich kein Bounty. Sau, Bande. Hat sich nicht gelohnt, den Platz zu hauen. Na gut, dann wollen wir andocken. Ich würde sagen, den Angriff haben wir vereitelt. Das ist ja immer noch so ein Schlitzer. Wir machen ja alle immer noch auf dicke Hose. Ach, verzei es. Lasst die zwei Krümel da, die geben eben kein Bounty. So, Geschosse. Aufgefüllt. Waffen. Breitseiten. Können wir uns jetzt locker leisten. So, kaufen für. Einbauen. Ja. Verkaufen. Meinetwegen auch das. So. Was haben wir noch so? MK2 in Köln. Gamma. 42.000. Partikel MK. Oh. Der kostet 58.000. Kostet ein bisschen mehr. Obwohl wir den Verkauf. Warte mal. Partikel MK2. Kaufen. Nein, nicht kaufen. Verkaufen. Tut er hier? Verkaufen. Installiert. Entfernen. 116.000. 11.000. Partikellasar 2, 58 Nein, dann leicht Reiter Reicht leider nicht ganz Gut, egal, müssen wir noch eine Mission machen Ja, gut, das machen wir denn nicht Weil wir nicht sagen, weil Wir sind schon wieder weit über die Zeit Also, bis zum nächsten Mal Tschüss